Hallo YouTube, ich bin Bini und das hier ist ein Tipps und Tricks Video mit dem großartigen Thema Kritisieren Wann ich, äh, wenn Kurz Wenn ich mir meine alten Tipps und Tricks Videos anschaue, dann stelle ich fest, dass es bei mir eigentlich immer ums Setting geht Also entweder darum, wie die Welt am besten erforscht werden kann oder wie sich die Regeln am besten gemerkt werden können Was ich glaube ich wirklich noch nie gemacht habe, aber ich behaupte es jetzt einfach mal, um den Punkt richtig rüber zu bringen Allerdings habe ich bis jetzt sträflich vernachlässigt den meiner Meinung nach wichtigsten Aspekt beim Rollenspiel und zwar den sozialen Ja, tatsächlich sitzen wir meistens nicht alleine irgendwo rum, sondern mit irgendwelchen anderen Menschen und müssen auf diese sogar eingehen oder mit ihnen sozial in Interaktion treten Und wie wir das am besten tun, das möchte ich tatsächlich heute nicht klären, sondern eigentlich möchte ich nur klären, wie ihr den anderen freundlich mitteilen könnt, dass sie scheiße sind Nämlich wie ihr sie gut kritisieren könnt, ohne das mit ihm scheiße zu sagen Wenn ich die Gruppenrevue passieren lasse, in denen ich gespielt habe und die so richtig hart in die Wand gefahren sind, hätte das meistens zwei Gründe Punkt eins, sie haben nicht bremsen wollen Punkt zwei, äh, das Kritisieren hat nicht richtig funktioniert Irgendetwas wollte nicht so richtig den Leuten schmecken und sie haben es einfach nicht rausgebracht Ja, tatsächlich ist es meistens so gewesen, dass sie einfach geschwiegen haben und irgendwie für ein Wunder gebetet haben, dass es von alleine besser wird Aber das Beten würde zu Frustrationen und die Frustration wurde zu Wut und die Wut kam irgendwann mittels einer Wortlawine raus, die alle anderen einfach nur erschlug Und tatsächlich alles schlimmer machte als irgendwie besser Also ehrlich gesagt ist es eigentlich immer gut, die Probleme sofort anzusprechen, damit sie nicht größer werden Deswegen, weil ich genau das beobachtet habe, die letzten 15 Tage den Knigge logischerweise nicht zurade gezogen Weil dieses Buch eigentlich tatsächlich völliger Rotz ist und nicht mehr gelesen werden sollte Sondern ich habe freundlicherweise mir einfach die beste Online-Rollenspielgruppe zusammengetrommelt, die es überhaupt gibt Und die haben mir ganz einfach gezeigt, wie es geht Tatsächlich haben die nämlich nach der letzten Folge, nämlich der dritten, was ich auswendig weiß und nicht vorher nachschauen musste Weil ich wirklich keine Ahnung habe, wie viele Folgen ich rausgebracht habe Erst drei? Wow, das sind wenige Mussten sie mir mitteilen, dass sie in dieser Runde etwas hatten, was ihnen nicht so ganz gefallen hatte Nun möchte ich ganz kurz sagen, was das war Es ging um die Gänge Nun war in der dritten Folge des DSR-Livestreams im Auge des Sturms es so, dass sie durch eine alte Zwergenstadt durchlaufen mussten Und dort sich häufiger entscheiden sollten, ob sie jetzt den rechten, den linken oder den mittleren Gang gehen wollen Nun hatten sie allerdings das Problem, dass meine Beschreibungsweise dieser drei Gänge war Also rechts ist ein Gang In der Mitte ist ein Gang Und da ist auch noch ein Gang Und da fiel es ihnen ein wenig schwer, zwischen diesen Gängen zu entscheiden, denn alle drei waren quasi gleich Weswegen sie also erst etwas sehr Positives zu mir sagten Tatsächlich haben sie mich dafür gelobt, dass meine Musik toll war Und dann rübergegangen sind, was wir schon alles mal besprochen hatten Was alles verbessert wurde, was vor allem interne Kommunikation angeht und nicht so spannend ist Und dann sind sie eben zum dritten Teil gekommen Der Kritik Und die Kritik wurde sehr vorsichtig und sehr freundlich Hey, du hast dir sehr viel Mühe gegeben Es war auf jeden Fall zu merken, dass vier Beschreibungen überall waren Aber wir haben das Problem, dass wenn wir uns entscheiden sollten, wir tatsächlich teilweise Schwierigkeiten damit hatten, die einzelnen Gänge auseinander zu halten Also wenn es irgendwie geht, wäre es toll, wenn du die Gänge und die Entscheidungsmöglichkeiten ein bisschen ausschmücken könntest Das war ungefähr das, was rübergekommen ist Und ehrlich gesagt, das ist die perfekte Art und Weise, wie kritisiert werden sollte Das heißt zuerst etwas Positives Und vielleicht nicht nur eine Sache, damit es nicht so offensichtlich ist Ich habe schon mit Leuten gespielt, wo ich offensichtlich gemerkt hatte, dass sie genau das gelernt haben Und genau eine positive Sache gesagt haben Und dann einfach nur Wow, das war kacke und das war kacke und das war kacke Sondern so ein bisschen irgendwie positiv den Abendrevue passieren lassen Dann vielleicht auf etwas hinweisen, was zusammen schon mal besprochen wurde Und also wo ein Problem überwunden wurde, um darauf hinzuweisen, dass es funktioniert Und dass Leute etwas überwinden können und zusammen halt und yay Und so Und dann den Kritisieren Part Und bei dem Kritisieren Part darauf achten, dass keine harten Worte gewählt werden Das ist total, das ist voll und so weiter und so fort Sondern vorsichtige, weiche und freundliche Worte benutzt werden Und dass die Kritik so präzise wie möglich kommt Und nicht einfach nur daraus besteht Du bist scheiße Ich verachte dein Leben und deine Armut Weil damit der Mensch nicht so viel anfangen kann Dementsprechend also da auch darauf achten Dass die Kritik spezifisch und genau auf das Problem ausgelegt ist Wenn euch dieses Video, ach bla 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 Ich hoffe, dass euch ein bisschen weitergeholfen hat Zumindest mir hat es wieder vor Augen geführt, diese Situation Als ich, ich hoffe logischerweise wie immer, dass euch das heute mal wieder die Augen geöffnet habe Äh, was zur Hölle Ich Reicht nicht, oh ich fug Ich hoffe, dass dieses Video euch in irgendeiner Weise gefallen hat Ohne möglicherweise eigentlich die Augen geöffnet hat Äh, ich wollte tatsächlich eigentlich nur mal darauf hinweisen Dass dieser Aspekt häufig vernachlässigt wird Und dass es an meiner Meinung nach, wie gesagt, ein ziemlich großes Problem ist In sehr, sehr vielen Runden Äh, dass es dort eben keine gute Kommunikation gibt Äh, ich denke, wir sehen uns mal wieder Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend Morgen, Rest 12 Uhr Tee Je nachdem, was gerade bei euch ist Bis dahin, tschüss Bis dahin, bis dahin, bis dahin